Musik Der erste Flug mit einem Hubschrauber gelingt dem Franzosen Paul Cornu im Jahr 1907. Cornu steigt ganze 30 Zentimeter in die Höhe und ist mit seinem Fluggerät gut 20 Sekunden lang in der Luft. 2015 steht Paris unter Schock. Bei den islamistischen Terroranschlägen in der französischen Hauptstadt kommen mehr als 100 Menschen ums Leben. Der Großteil davon stirbt beim Angriff auf das Bataclan-Theater, wo gerade ein Konzert stattfindet. Und das geschah in Österreich. Als Evelyn Jahn am 13. November 1973 die Tiefgarage ihrer Wohnung in München betritt, ahnt sie noch nicht, was gleich geschehen wird. Plötzlich stehen Männer vor ihr und bedrohen sie mit einer Pistole. Die 21-jährige Tochter von Wiener Waldgründer Friedrich Jahn wird entführt. Die drei Entführer im Alter von 24 bis 33 Jahren stammen alle aus Bayern, sind vorbestraft und hochverschuldet. Sie bringen die junge Frau in ein Hotel im nahegelegenen Augsburg und kontaktieren den Vater, von dem sie 3 Millionen Mark Lösegeld fordern. Friedrich Jahn sagt sofort zu. Am darauffolgenden Tag, dem 14. November, melden sich die Kidnapper kurz vor Mitternacht abermals und stellen Bedingungen für die Übergabe des Lösegelds. Sie soll um 3.15 Uhr nachts in einem Randbezirk im Norden Münchens stattfinden. Vor der Verständigung der Polizei wird ausdrücklich gewarnt. Dennoch begibt sich ein Großaufgebot der Exekutive zum vereinbarten Treffpunkt. Rund 200 Polizisten, Polizeihunde und berittene Einheiten sind vor Ort. Die Übergabe verläuft ohne Zwischenfälle. Nach einem Tag und zwei Nächten ist Evelyn Jahn wieder frei und außerdem völlig unverletzt. Die Entführer können zunächst zu Fuß fliehen. Doch sie haben einen entscheidenden Fehler gemacht und sind zur Lösegeldübergabe mit einem Wagen gefahren, der auf den Namen eines der Entführer zugelassen war. Ein Kidnapper bekommt daher kalte Füße und stellt sich. Ein zweiter wird in der Wohnung seiner Ehefrau aufgegriffen. Die Entführer von Evelyn Jahn werden schließlich zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Noch im Prozess hoffen sie auf mildernde Umstände, da sie die Entführte doch mit Kaffee, Toilettenartikeln und warmen Brathändeln versorgt hatten.